Mein Mate XS ist endlich da. Das wohl gelungenste Fall-Smartphone auf der Welt derzeit, aber auch das teuerste Smartphone, das Huawei jemals herausgebracht hat und das teuerste Smartphone, was ich jemals gekauft habe. Dementsprechend kommt es aber auch mit allem, was man so von Huaweis Spitzenklassen-Smartphones her kennt. Der Kiri 990 5G-Prozessor sorgt für flüssiges Arbeiten, unterstützt von 8 GB Arbeitsspeicher. Auf der Rückseite befinden sich dann vier Kameras, auch wenn nicht ganz die brandneuen 50 Megapixel-Sensoren, immerhin mit einem 40 Megapixel RYYB, 16 Megapixel-Ultraweitwinkel mit Autofokus und 8 Megapixel-Dreifach-Tele-Sensor auf der Höhe der Zeit, unterstützt auch noch durch einen Tiefen-Sensor. Bedienknöpfe befinden sich auf der rechten Seite mit Lautstärkeregler und An- und Ausschalter mit integriertem Fingerabdruckscanner. Auf der Rückseite befindet sich noch ein Knopf zum Öffnen des Fall-Smartphones. 4.500 mAh starker Akku und 512 GB interner Speicher sind auch gehobener Standard. Mit dabei gibt es ein USB-Typ-C Kopfhörer, USB-Typ-C Ladekabel, ein Exoskelett, eine Exoskeletthülle, Papierkram und bei meiner neuseeländischen Version ein 40 Watt Netzteil. Bei der deutschen, europäischen Version wird es wahrscheinlich 65 Watt betragen. Das Mate XS verfügt über einen im ausgeklappten Zustand 8 Zoll großes Display mit Plastik-Oberfläche. Einklappen lässt sich das Mini-Tablet auf ein Smartphone-Niveau mit etwa 6,6 Zoll. Das ist dann etwa so groß wie mein Mate 30 Pro. Und das Display auf der Rückseite kann auch auf 6,3 Zoll bestimmte Display-Inhalte darstellen. Als Betriebssystem kommt Android 10 mit EmotionWide 10 daher. Google-Dienste fehlen allerdings. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte, von diesem ersten faltbaren Huawei-Smartphone? Ist der hohe Preis gerechtfertigt? Wäre es etwas Interessantes für euch, wenn der Preis überhaupt keine Rolle spielen würde? Schreibt es mir einfach mal in die Comments. Ich freue mich darauf, mit euch zu diskutieren. Natürlich könnt ihr mir auch Fragen stellen, die dann anschließend in Videos beantwortet werden oder im Kommentarbereich beantwortet werden.